Willkommen auf dem Video. Dies ist eine Präsentation des Produktes Kompaktkameras, kennen PowerShot A2500. Die Kamera ist für meinen Gebrauch gerade richtig. Ich fotografiere sehr selten. Habe sie gekauft, da ich einige Eindrücke in Norwegen festhalten will. Das ideale Gerät für die Hosentasche. Begleiter für die EWR-Ese Alltagsfotografie ZB Um von irgendetwas eine Kopie zu machen. Für richtige Fotos sollte man noch was anderes haben. Die Digitalkamera wurde prompt geliefert. Bis jetzt, nach kurzem Kennenlernen bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät. Dieses Video ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon.eu, das zur Bereitstellung eines Mediums für Websites konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Werbeanzeigen und Links zu Amazon Deutschland Werbekostenerstattung verdient werden kann. Für weitere Details und eine sehr viel auf Amazon, Deutschland, klicken Sie bitte auf den Link in der Beschreibung unten. Danke fürs Zuschauen. 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 Danke fürs Zuschauen.